Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man ein Netflix-Konto erstellen und somit auch einen Account richtig hinzufügen kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal sollten wir auf die offizielle Webseite www.netflix.com gehen oder wir können das Ganze natürlich auch über die App machen. Hierfür die entsprechende App entweder am PC, am Smartphone oder auch am Smart-TV herunterladen und anschließend einmal auf den Button loslegen klicken und wir können auch schon hier unten einmal noch drauf gehen, um die entsprechenden Abos jetzt zu vergleichen. Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen haben wir hier auf der linken Seite mal den Basistarif für 7,99 Euro. Ist somit auch der günstigste. Hier ist jedoch die Videoqualität eher bescheidener. In der Mitte haben wir dann die Standardvariante für 12,99 Euro. Da ist die Videoqualität schon etwas besser und ganz rechts drüben ist natürlich dann auch noch die Premium-Variante mit der bestmöglichen Videoqualität. Was man auch übrigens nicht übersehen sollte ist, dass hier unten noch so ein kleiner Text steht und zwar, wenn wir die Basisvariante haben, dann kann ich gleichzeitig auf einem Gerät Netflix schauen, habe ich die Standardvariante, dann kann ich gleichzeitig auf zwei verschiedenen Geräten Netflix schauen bedeutet zum Beispiel gleichzeitig mit dem Handy, aber auch mit dem PC und bei der Premium-Variante, da sind es jetzt gleichzeitig vier verschiedene Geräte. Ich mache es zum Test einfach mal mit der Basis-Variante. Im privaten Bereich habe ich aber übrigens mir die Premium-Variante geholt und jetzt einmal hier unten auf weiter klicken. Im Schritt 2 geht es darum, unsere Login-Daten einmal einzugeben. Hierfür eine entsprechende E-Mail-Adresse eingeben. Wichtig ist, dass diese auf jeden Fall dir gehören sollte und dass du da auch Zugriff drauf hast und Passwort können wir natürlich auch einfach einmal ein beliebiges auswählen. Wenn du das hast, könntest du hier unten jetzt auch noch besondere Angebote von Netflix per E-Mail erhalten. Ich mache das eher ungern, weswegen ich auf weiter gehe und dann müssen wir nämlich auch schon auswählen, was für eine Zahlungsart wir verwenden möchten. Noch als kleiner Hinweis. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Gratis-Probemonat von Netflix nicht mehr vorhanden, so wie es ja früher immer Standard war. Und in meinem Fall wähle ich jetzt einfach mal PayPal aus. Jedoch sollten die anderen Varianten auch relativ ähnlich funktionieren. Wir sehen nochmal eine kleine Zusammenfassung, was für ein Abo wir jetzt nehmen möchten. Dieses kann ich natürlich auch jederzeit noch abändern und wenn das passt, dann natürlich auch auf den entsprechenden Button wieder klicken und es sollte auch schon zu PayPal gehen. Nun natürlich dementsprechend die E-Mail-Adresse von einem PayPal-Account eingeben. Danach gehen wir mal auf weiter und wir müssen natürlich auch noch unser Passwort eingeben. Dann auf einloggen gehen und es geht auch schon zum nächsten Schritt. Mir wird jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung angezeigt, was für ein Abo ich habe, mit welcher E-Mail-Adresse ich eingeloggt werde und hier unten natürlich auch nochmal ein kleiner Text, dass das Ganze jetzt anschließend auch kostenpflichtig bestellt wird. In meinem Fall passt es ja soweit, weswegen ich hier unten mal auf Mitgliedschaft kostenpflichtig beginnend draufklicke. Nach einem kurzen Moment bekommen wir die Bestätigung, dass unsere Mitgliedschaft jetzt auch offiziell begonnen hat. Hier unten könnte ich noch die Handynummer von mir eintragen, dass ich mein Passwort auf jeden Fall wieder herstellen kann. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. In meinem Fall zum Test aber ist es nicht notwendig, weswegen ich auf weiter hier unten klicke. Nun können wir auch noch auswählen, auf welchen Geräten wir Netflix hauptsächlich nutzen möchten. In meinem Fall ist das Desktop oder Laptop, weswegen ich wieder auf weiter gehe und wir können auch noch verschiedene Namen von unseren Familienmitgliedern hier eintragen. In meinem Fall passt das aber auch, weswegen ich wieder auf weiter gehe. Nun drei Serien beziehungsweise drei Filme auswählen, die einem gefallen. Dadurch wird das Ganze einfach noch besser vorgeschlagen, wenn du jetzt danach auf deinen Netflix-Account zugreifst. Und wir sind auch schon am Ende angelangt. Wir können unser Profil jetzt auswählen und haben dann auch schon unseren Netflix-Account fachgerecht erstellt. Wenn du dir für zu Hause übrigens noch einen neuen Smart-TV zulegen möchtest, um Netflix einfach in bester Qualität genießen zu können, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den derzeit besten Smart-TVs. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.